Die Deutsche Bank wird den angepeilten Rekordgewinn von 10 Milliarden Euro verfehlen. Bankchef Josef Ackermann erklärte, die Erträge seien im dritten Quartal wegen der Unsicherheit an den Märkten gesunken. Außerdem werde die Bank 250 Millionen Euro auf griechische Anleihen abschreiben und in den kommenden Monaten sollen 500 Stellen gestrichen werden. Die Aktie der Bank fiel nach der Meldung um rund 6 Prozent.